Ich stehe hier in Berlin vor dem Berliner Reichstag und hier ist einiges los. Habeck für Wahlrecht mit 16. Berlin. Grün-Chef Habeck hat sich erneut für ein Wahlrecht ab 16 Jahren ausgesprochen. In der Neuen Ösnerbrücker Zeitung löbte Habeck das Verhalten der jungen Generation in der Corona-Pandemie. Die Jugend habe in der Krise gezeigt, welche Verantwortung sie übernehmen könne. Das müsse anerkannt und durch eine Reform des Wahlrechts berücksichtigt werden. So der Grünen-Vorsitzende. Es sollte schon bei der nächsten Bundestagswahl möglich sein, bereits bis 16 zur Abstimmung zu gehen. Habeck kritisierte außerdem den Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Pandemie. Mit Blick auf die Schulstreiks für den Klimaschutz sei der Umgang des Abendlandes beschworen worden. In Zeiten der Schulschließungen gäbe die Erwachsenen der Jugend jedoch keine richtige Perspektive. Und damit zurück zur Tagesschau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017